Was geht, Community? Willkommen zu Bad Wars auf dem Twice-Server. Wir haben das schon mal gespielt hier mit diesen XP's und der Keks ist auch hier. Lass mir bitte mehr mal die XP's hier. Und wir haben schon lange nicht mehr auf diesem Server gespielt, es hat richtig viele Veränderungen gegeben. Wir sind sehr überrascht gewesen, die Lobby hat sich sehr groß verändert. Ja, der Spielmodus hat sich ein bisschen verändert und er schenkt mir eine vergiftete Kartoffeln. Hä, wieso habe ich Kartoffeln bekommen? Mir? Habe ich dir geschenkt? Oh, ich habe ja schon 20. So, dann gucke ich mal. Wir gehen ja auch gleich wieder in die Mitte. Wir spielen hier Bad Wars, weil das in meiner Wunschliste vorgeschlagen wurde. Und warum das am Mittwoch kommt, weil ich einfach am Mittwoch... Also, weil ich heute keine Ahnung hatte, was ich aufnehmen sollte für ein Tutorial, weil ja am Mittwoch ja eigentlich Tutorials kommen oder kommen sollten. Und weil ich ja nichts habe, kann ich auch nichts machen, sage ich mal so. Haben wir zwei Seiten? Ja, ähm... Hast du beleidigt? Manchmal muss ich husten. Also, kann sein, dass ich mich manchmal mute. Ähm, ich wollte noch sagen, Leute, ähm... Also, aus meiner paar Leute, die vielleicht bei Mikromaner schauen, ähm... Ja, manchmal... Ähm, manche mögen nicht, dass ich, ähm... Ähm, Bad Wars, ähm... Modus spiele, weil... Die denken, das ist voll langweilig mit XP und so alles. Ähm, und sagen die ganze Zeit, das ist doch kacke, wenn man auf... Ähm, ähm... Ähm, nur XP spielt. Mach doch lieber Bronze, Silber oder Gold. Ja, würden wir auch gerne machen, wenn wir keinen kacken, wenn wir einen richtigen Server finden. Ähm, ja schon, es ist halt wirklich schwer. Ähm, also ich finde einfach, bis jetzt habe ich irgendwie jetzt, finde ich jetzt, äh, diesen, also diesen Server jetzt, ähm, so zum Aufnehmen fast am besten. Das, äh, ich habe ja da vorne angefangen. Also. Was halt ist, ähm, ist klar, dieser Spielmodus ist natürlich viel einfacher gemacht, weil man halt, ähm, sozusagen, alles kaufen kann mit XP und nicht irgendwie Gold oder Eisen oder so braucht. Und ich kann natürlich runter. Es fängt schon wieder an, oh, er ist tot. Also natürlich wurden auch die Achievements und alles wieder zurückgesetzt. Und ja, ich hole mir auch gleich mal was zum Anziehen. Nein! Ey, Hacker! Fals. Hacker! Das ist ein harter Spieler. Ich werde ihn jetzt mit der Faust unterschlagen, hat er verdient. Ähm, sind wir schon bis, sind wir schon bis zur Mitte? Ja. Da muss ich ja gar keine XP mehr sammeln. Ich werde ihn umbringen. Ich komme auch. Dieser Wurny. Ich gehe direkt zu seinem Bett, ey. Dieser Wurm. Wo ist dieser Wurm, Wurm, Wurm? Okay, hier haben wir Gold. Ich habe schon mal zwei Gold bekommen. Bist du gerade bei dem? What? Was? Ah. Ich habe hier in seinem Bett. Alter, er hat aber mal mich gesehen. Gesehen? Herr Wurm, Schatz. Russia. Ja, ist doch gut. Yeah. Ich habe den ersten Tod. Habe ich auch bekommen. Er war schmerzvoll. So, ich habe 300. Ich kaufe mir gerne mal den besten Bogen. Und den Pfeil dazu. Obwohl ich eigentlich Ena... Ehm, Ena... Was brauche ich, Ena? Ein Schwert. Ich hole mir mal was essen. So, also dieser... Der Gelbe hat ja kein Bett mehr. Ja, aber der hat einen Bogen geraden. Ich habe auch einen Bogen. Das ist doch das Gute daran. Ich habe auch einen Bogen. Wo ist der? Das ist in der Mitte, was? Wie weit weg? 10 Meter. Wie weiß ich das... 10 Meter. Jetzt habe ich ihn. Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Er ist dann gerade runtergeschlagen. Erster Kill. Okay, ich gucke mal kurz, ob ich mir ein besseres Schwert kaufen kann. Der hat mich nur aufgeregt. Muss mal sein. Ich muss wegmachen, diese... Diese komische... Keine Ahnung, diese komische Ding. So, nehmen wir mal den hier. So, wir haben wieder epische Musik im Hintergrund. Das freut mich. Ich hoffe, das hilft uns auch ein bisschen beim Kämpfen. What? Oh Gott, war das jetzt ein Lag. Alter. Glück gehabt, dass ich da dreifachen Blockposition habe. Also, das war kein Bug. Ich habe Ena so... Wie soll ich sagen? So ein Zittern. Also, gelb ist jetzt ganz draußen. Genau. Rot habe ich gerade gesehen. Rot hat auch schon einen Bogen. Hat mich sogar getroffen. Das wollte ich mir auch schon. Also, rot ist gut im Schießen. Okay, rot ist relativ gut im Schießen. Also, ein bisschen aufpassen. Grün... Keine Ahnung, was grün macht. Die haben auch einen Bogen. Das ist irgendwie alle gerade im Bogen hier. Er heißt bei mir Eddie. Ja, ich habe auch einen aus meiner Klasse. Er heißt auch Eddie. Okay. Okay. So, 200. Ich kann mir, glaube ich, sogar das Eisenschwert schon holen. Oder soll ich warten? Nee, ich warte, glaube ich, lieber auf 300. Dann kann ich mir... Oh Gott. Mir nehme ich... Ja, okay, ich habe 300. So, jetzt hole ich mir nämlich... Die Brust hier. Die Eisenbrust. Ist besser einfach als Schutz. So, ein bisschen Essen brauche ich immer noch. Ich habe ja noch Essen. Brauchst du vielleicht auch noch was? Oder hast du genug? Ich baue mal... Hier mal... Das Bett zu. Okay. Das Bett zu bauen ist ein bisschen teuer. So wie ich jedenfalls mache. What the... Bist du tot? Oh Gott. Ich sehe jemanden in der Mitte. Wo soll ich es essen? Jetzt kommt der Grüne. Pass auf, dass er mich nicht kriegt, ey. Ich gehe jetzt zu seinem Bett. Ich sehe ihn gar nicht mal. Ist in der Mitte. Ja, ich sehe ihn ja nicht. Äh, verfolgt mich nicht. Er ist gut. Er verfolgt mich nicht, das ist gut. Wo ist er? Wo ist er? Hat der auch einen Bogen? Ja. Eisenschwert auch. Das geht mir sehr heftig. Wo ist er überhaupt? So. Ah, da ist er. Du raschst gerade hier alles ein bisschen zu. Mhm. So. Was wollte ich machen? Ich wollte unser Bett zu bauen. Ey, Rot ist da. Aber nicht bei uns. Nein. Hi. So. Grün ist noch da, musst du wissen. Mach lieber unser Bett zu. Mach ich ja. Achso. Was meinst du, dass ich hier schon dran bin? Ich mach's ein bisschen teuer zu. Ich mach's teuer zu. Es ist ein teures Bett gewesen, also mach ich's auch teuer zu. Wir haben unser Weg abgebaut. Nee, oder? Ach, die Hälfte. Okay, Viertel. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Zweitel. Wo ist er überhaupt? Ich sehe ihn von hier eben nicht. Das ist das Problem. Ja, du schießt auf mich die ganze Zeit. Ah, das bist du. Ich wusste gar nicht, dass du in der Mitte bist. Ich geh zu, Grün. Du raschst hier alles und ich mach einfach mal das Bett zu. Los. Mach dich scheiß Arbeit. Ja, Meister. Ja, Meister. So. Und natürlich ist es noch nicht fertig. Jetzt kommt dann hier noch der Endstone. Als kleine, wie soll ich das sagen? Ähm, Schutz. Für die Ecken. Ich glaube, ich sollte mal auch mal ein bisschen in den Kampf gehen. Weil sonst wird's ja langweilig für die Zuschauer. Oh. Der Rote Rush. Yo, Rote ist Rusher. Aber ich auch. Gleich wirst du was sehen, Mikro. Sehen wir blau? Ja, wir sind blau. Ja. Oh Gott. Nein. Hi. Kannst du hier wieder die Daten zurückbauen? Wo ist der Rot überhaupt? Wir sind alle alleine. Das machen wir locker. Okay, also ein Roter ist ja noch. Und. Ähm, Mikro. Ja. Einer. Zehn mal drei Sekunden lang. Warum? Und sag mal's. Mach einfach. Was muss ich machen? Mach einfach. Zehn einfach. Drei, mach. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Also ich weiß, wo grün ist. Hast du's gesehen? Nein. Oder gehört? Äh, du hast, es gab Rot angegriffen. Äh, grün. Was? Oder was hast du gemacht? Ich habe einen Bombenangriff gemacht. Nein, meins. Ich habe einen Bombenangriff gemacht. Hast du nicht gehört? Also, ich hab's nur gesehen, nicht gehört. Also grün ist dann bei Rot. Huck hat das Bett abgebaut. Okay, dann geh ich da drüben hin und hörte ihn. Ich wohne mal ein bisschen besser Schwert. Wenn ich hier nicht... Eine andere, was du gemacht hast, aber egal. Was? Du hast heute gar nichts gemacht. Hast du überhaupt nur gekillt einen? Nee. Immerhin sag ich ja. Lol. Ich sollte mal wieder ein bisschen in den Kampf gehen, oder allgemein in den Kampf gehen. Aber du machst ja hier eigentlich alles. Wo ist denn überhaupt grün? Er ist in Rot. Er ist in Rot, meine ich. Hat er sich zugebaut? Ja, er ist bei Rot und hat sich zugebaut. Also, wir sind der Einzige noch mit Bett. Okay. Was ist hier? Nichts. Okay, bei Team Grün ist er jedenfalls nicht. Was soll ich mir kaufen? Komm, ich kaufe mir eine Enderperle, weil es nützt. Keine Ahnung. Oh, nein! Bist du tot? Der Grün ist von der Seite, das regt mich auf. Wie von der Seite. Ich hab mal ganz kurz eingekauft und hab mich darauf geachtet, dass er mich angreift. Ah, ich hab ihn. Gut. Bist du raus? Ja. Ey, das war schon fertig. Ah, das war nur noch grün. Ja. Ach so. Ja, sag ich mal. Es tut mir leid, dass ich nicht so in den Kampf gegangen bin. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls das Bett zugebaut, obwohl es gar nicht genützt hat. Ähm, danke jedenfalls, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns jedenfalls im nächsten Video. Schaut bei Keks immer noch vorbei. Also, nicht immer noch. Schaut einfach bei Keks vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Community! Ciao! Oh, mygestellt Hiiden. Schaut auch bei Keks. Tschüssi. Schaut auch bei Keks. Sex. Tschüssi. Musik.